In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr die Beziehungstypen Aggregation und Komposition aus dem UML-Klassendiagramm implementieren könnt. Und das Ganze mache ich wieder an dem Fallbeispiel des Spiels Tic-Tac-Toe. Wenn euch die anderen Videos zu diesem Fallbeispiel interessieren, findet ihr die Links dazu unten in der Beschreibung zu diesem Video. Hier seht ihr nochmal das Klassendiagramm zum Tic-Tac-Toe-Spiel, das ich in dem oben verlinkten Video aufgebaut habe. In einem vorherigen Video habe ich euch schon gezeigt, wie die Klassen Player und Playground Model implementiert werden. Und das sind die Klassen, in denen nach der Modellierung hier keine Beziehung zu anderen Klassen berücksichtigt werden müssen. Anders sieht das aber bei den Klassen Playground View und Game Controller aus. Playground View soll in dem Programm ja die Aufgabe übernehmen, die Daten zur Ansicht zu bringen und muss daher den Zugriff auf die Daten in Playground Model erhalten. Das Model, das die Daten hält, soll aber losgelöst von der Ansicht auf diese Daten existieren können. Und daher ist diese Beziehung zwischen diesen beiden Klassen eine Aggregation, also eine lose ganze Teilebeziehung. Der Game Controller hat eine andere Art von Beziehung zu den Klassen Playground Model, Playground View und Player. Diese Klasse ist sozusagen eine zentrale Einheit, die den Spielablauf orchestriert und ohne die die anderen Klassen keine wirkliche Funktion haben und daher losgelöst vom Game Controller nicht existieren sollen. Deswegen ist die Beziehung zwischen dem Game Controller und diesen Klassen Playground Model, Playground View und Player eine Komposition, also eine starke ganze Teilebeziehung. Okay, dann starte ich jetzt mit der Implementierung der Aggregationsbeziehung zwischen den Klassen Playground View und Playground Model. Und dazu habe ich als erstes hier schon mal die Klasse Playground View erstellt. Wie ich gerade schon erklärt habe, hat diese Klasse die Aufgabe, die Daten aus Playground Model zur Ansicht zu bringen. Sie muss also einen Zugriff auf die Daten bekommen und das mache ich jetzt mit einem Pointer auf ein Playground Model. Und dazu muss ich in der Header-Datei zunächst noch Playground Model.h einbinden. So und der Pointer pg-model hier ist dann ein Attribut in Playground View, den ich mit dem Null-Pointer erstmal initialisiere. Der Pointer bleibt auch das einzige Attribut vom Playground View, also mache ich mit den Methoden der Klasse weiter. Und hier sehe ich einen Konstruktor vor, über den ich den Pointer auf das Playground Model zuweisen kann. Der Konstruktor ist hier inline implementiert. p ist also der Übergabe-Parameter, der hier in der Zuweisungsliste an das Attribut pg-model übergeben wird. Und sonst passiert nichts im Konstruktor. Und damit ist die Aggregation eigentlich schon implementiert. Bei dieser losen ganzen Teilebeziehung ist Playground View also das Ganze und Playground Model ist ein Teil davon. Aber dadurch, dass aus Playground View der Zugriff auf das Model über einen Pointer erfolgt, kann das Playground Model auch existieren, wenn es kein Playground View gäbe. Die Verbindung zwischen zwei Objekten vom Playground Model und Playground View könnte also auch wieder gelöst werden, indem das Attribut pg-model einfach mit dem Null-Pointer wieder überschrieben wird. Dafür müsste man noch eine Methode bereitstellen oder man nutzt dafür diesen Standardkonstruktor. Die Tatsache, dass pg-model also nicht zwingend ein Verweis auf ein existierendes Model-Objekt sein muss, ist auch die Begründung dafür, warum die Komposition über einen Pointer und nicht über eine Referenz erfolgt. Denn einem Pointer kann man wie hier auch einen Null-Pointer, also sozusagen einen leeren Pointer zuweisen. Und das geht bei einer Referenz nicht. Die kann nicht leer sein und muss also immer mit einem Objekt verknüpft sein. So, das Wichtige zur Aggregation ist damit eigentlich gesagt. Aber die Klasse Playground View hat ja noch eine Methode ShowField, mit der das Spielfeld ausgegeben wird. Und die will ich euch hier nicht vorenthalten. So, das Zeichnen des Spielfelds mit Konsolenausgaben kann ziemlich lästig sein, weil man die Formatierung immer erst nach langem Rumprobieren so richtig hinbekommt. Und deswegen habe ich mir dafür etwas anderes ausgedacht. Und zwar habe ich das Spielfeld erstmal in eine Textdatei gezeichnet, so wie es später in der Konsole angezeigt werden soll. Und in die einzelnen Felder darin habe ich die Nummern der Felder eben eingetragen. In der Methode ShowField lese ich diese Datei zeichenweise ein und gebe die Zeichen wieder aus. Und bei den Zahlen muss ich dann unterscheiden, ob das Feld leer ist oder ob Spieler 1 oder 2 Einzug in dieses Feld gesetzt hat. Dazu erstelle ich zunächst ein Objekt der Klasse ifStream, das also diese Datei öffnet. Und Achtung, dafür muss ich noch die Header-Datei fStream einbinden. Und dann überprüfe ich, ob die Datei auch wirklich geöffnet werden konnte oder ob es dabei einen Fehler gegeben hat, und zwar mit der Methode Fail. Wenn alles glatt gelaufen ist, ist die Bedingung hier erfüllt und die Anweisungen in dem ifStatement werden dann abgearbeitet. So und hier deklariere ich noch eine Char-Variable, in die ich die einzelnen Zeichen der Datei einlese. Und dieses Einlesen passiert jetzt in einer Wild-Schleife. Mit get lese ich das nächste Zeichen ein, speichere das in c und dann überprüfe ich, ob dieses Zeichen das EOF-Zeichen ist, also ob das Ende der Datei schon erreicht wurde. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Code in der Schleife ausgeführt und darin checke ich, ob das eingelesene Zeichen eine Zahl ist, denn nur dann muss ich gegebenenfalls etwas anderes ausgeben als das eingelesene Zeichen selber. Wenn also der Wert des eingelesenen Zeichens zwischen 49 und 57 liegt, ist das Zeichen eine Zahl, denn die Zahlen 49 bis 57 sind die ASCII-Codes für die Zahlen 1 bis 9. Dann hole ich aus dem Modell den Eintrag aus dem jeweiligen Feld. PG-Model ist ja der Pointer auf das Objekt vom Typ Playground-Model und per Dereferenzierung kann ich dann die Methode getEntry aufrufen und als erstes Argument bekommt die das Feld, dessen Eintrag ich gerne lesen würde, also eine Zahl zwischen 1 und 9. Und diese Zahl berechne ich, indem ich vom ASCII-Code einfach 48 abziehe. Der Rückgabewert ist dann ein Field State, bei dem ich dann noch eine Fallunterscheidung machen muss. Wenn das Feld noch leer ist, gebe ich einfach die Zahl des Feldes aus. Wenn es aber durch Spieler 1 oder 2 belegt ist, gebe ich hier ein X bzw. ein O aus. Und dann muss ich noch den Fall berücksichtigen, dass das aus der Datei eingelesene Zeichen keine Zahl ist und dieses Zeichen kann ich dann einfach eben ausgeben. Übrigens, statt hier die Zeichen X und O direkt auszugeben, wäre es besser, diese Zeichen zentral zu definieren, damit man an einer anderen Stelle nicht versehentlich andere Zeichen für Spieler 1 und 2 angibt oder sogar die Zeichen vertauscht. Das mache ich dann noch in der tic-tac-toe-utils.h. Diese Definition kann ich dann überall dort verwenden, wo ich diese Header-Datei eingebunden habe. Hier kann ich dann also X und O ersetzen durch diese Definition, die ich gerade vorgenommen habe. Und damit ist die Klasse PlaygroundView mit der Aggregation fertig implementiert. Dann zeige ich euch jetzt, wie man die Komposition aus dem UML-Klassendiagramm umsetzen kann. Und das mache ich jetzt an der letzten Klasse, die noch nicht implementiert ist, die Klasse GameController. Hier im Klassendiagramm seht ihr ja schon, dass diese Klasse mit mehreren anderen Klassen über diese starke ganze Teile-Beziehung verbunden ist. Das heißt, die Lebensdauer der Objekte vom Typ Player, PlaygroundModel und PlaygroundView hängt von der Lebensdauer dieses GameControllers ab. Die einfachste Möglichkeit, diese Beziehung zu implementieren, ist, Objekte von diesen Klassen als Attribute in GameController aufzunehmen, so wie ich das im Klassendiagramm auch schon modelliert habe. Dazu muss ich zunächst wieder die entsprechenden Header-Dateien einbinden. Und dann kann ich die Attribute anlegen. Nur um mögliche Verwirrungen auszuräumen, weil ich ja beim Tic-Tac-Toe-Spiel zwei Spieler brauche, lege ich hier ein Array von Spielern der Länge 2 an. Ich nehme hier übrigens ein Array und kein Vektor, weil ein Array eine statische Länge hat und ich ganz sicher bin, dass ich in dem Spiel eben genau zwei Spieler brauche. Die Möglichkeit, die mir ein Vektor bietet, die Anzahl der Elemente dynamisch zu verändern, brauche ich hier also gar nicht und deswegen ist ein Array auch die passende Wahl. So, bevor ich jetzt dazu komme, wie ich diese Objekte verwende, lege ich noch gemäß dem Klassendiagramm die Deklarationen für die Methoden an. Hier habt ihr übrigens mal ein Beispiel dafür, dass Methoden nicht immer public sein müssen. Die Methode check, in der ich gleich die Spielregeln implementiere, wird nur im GameController verwendet und muss also nicht als Service sozusagen nach außen hin angeboten werden und bleibt damit private. So, dann erstelle ich jetzt zunächst den Konstruktor. Da rufe ich zunächst den Konstruktor vom Playground Model auf und dann den von Playground View, über den ich dann noch die Adresse des Playground Model Objekts mitgebe, wodurch ja diese Aggregationsbeziehung zwischen Playground Model und Playground View aufgebaut wird. So, und dann rufe ich noch zweimal den Konstruktor von Player auf, in dem beide Spieler ihre Namen eingeben können und die Player Objekte speichere ich dann in dem Array. Übrigens habe ich den Aufruf des Standardkonstruktors vom Playground Model hier nur der Vollständigkeit halber aufgenommen, damit ihr klar seht, dass all diese Objekte beim Erstellen des GameControllers erzeugt werden. Den Standardkonstruktor hätte ich hier nicht mehr explizit aufrufen müssen, weil das schon automatisch passiert. Damit nämlich der GameController überhaupt erzeugt werden kann, müssen der Reihe nach all diese Objekte hier erstellt werden. Und für das Erstellen dieser Objekte wird eben immer der Standardkonstruktor verwendet. Das heißt, wenn ihr einen Konstruktor überladet, also einen neuen Konstruktor mit Übergabeparametern anbietet, wie ich das bei den Klassen Player und Playground View gemacht habe, dann solltet ihr trotzdem auch immer einen Standardkonstruktor bereitstellen, auch wenn ihr selber vielleicht nicht beabsichtigt, diesen verwenden zu wollen. Würdet ihr aber die Standardkonstruktoren in Player und Playground View löschen, würdet ihr hier beim Kompilieren Fehler bekommen. So, und damit ist auch die Komposition vollständig implementiert und der GameController kann jetzt die Objekte von Player, Playground View und Playground Model ganz normal verwenden. Ihr seht also, so eine starke ganze Teilebeziehung ist eigentlich ziemlich simpel, denn die Teile sind einfach Attribute des Ganzen. Gerade habe ich ja gesagt, dass diese Implementierung der Komposition eine und auch die einfachste Möglichkeit ist. Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit, diese Beziehung zu implementieren, die aber ein paar Fallstricke hat. Darauf gehe ich dann in einem weiteren Video in dieser Reihe noch ein. So, das Wichtigste also zu den Beziehungstypen Aggregation und Komposition ist damit gesagt. Für den Fall, dass ihr aber Interesse daran habt, das Spiel selber nachzuprogrammieren, zeige ich euch jetzt noch, wie ich die Methode StartGame und Check implementiert habe. Der Name der Methode StartGame ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, denn diese Methode startet das Spiel nicht nur, sondern die steuert eigentlich den kompletten Spielablauf, wie ihr gleich sehen werdet. Zunächst lege ich hierin ein paar Variablen an. In C speichere ich das Ergebnis der Methode Check, aus der also herauskommt, ob schon ein Spieler gewonnen hat. PS legt fest, welcher der beiden Spieler an der Reihe ist. Das ist also eine Bool-Variable, die ja nur die Werte 0 oder 1 haben kann. Und damit kann ich dann auch gleich auf die Elemente im Array vom Player zugreifen. Tile nimmt die Eingabe eines Spielers auf, in welches Feld ein Zug gemacht werden soll und Round ist dann einfach nur noch ein Rundenzähler. So, das Spiel geht also maximal über 9 Runden oder es endet, wenn ein Spieler schon gewonnen hat, was durch diese Wildschleife hier realisiert wird. C gleich 0 heißt hier, dass noch kein Spieler gewonnen hat. So, und zu Beginn jeder neuen Runde kommen dann als erstes diese Ausgaben hier. Zuerst lösche ich alle Ausgaben in der Konsole, dann gebe ich zur Info die Namen und die Symbole der Spieler aus und hier spreche ich dann den Spieler an, der an der Reihe ist und dann wird über den Aufruf der Methode ShowField vom PlaygroundView, der aktuelle Stand des Spielfelds, gezeichnet. So, als nächstes wird dann der Spieler, der an der Reihe ist, aufgefordert, seinen Zug zu machen. Das geschieht hier über den Aufruf der Methode MakeMove aus der Klasse Player. Den Rückgabewert Teil kann ich dann also nutzen, um über die Methode MakeEntry aus der Klasse PlaygroundModel den Zug einzutragen. Dazu brauche ich hier allerdings noch sozusagen die ID des Spielers und die ist vom Typ FieldState. Das richtige Symbol steht jetzt dann also in FS. Okay, so würde das Ganze funktionieren, wenn kein Spieler jemals eine unzulässige Eingabe machen würde. Darauf will ich mich aber nicht verlassen, sondern ich würde hier gerne noch mögliche Fehler abfangen. Dass etwas bei der Eingabe eines Spielers falsch gelaufen ist, erkenne ich daran, dass diese Methode MakeEntry hier den Wert False zurückliefert und in dem Fall würde auch kein Eintrag vorgenommen werden. Das heißt, solange MakeEntry False zurückgibt, muss der Spieler erneut aufgefordert werden, seinen Zug zu machen und das setze ich in dieser Wildschleife hier um. Am Ende der Runde prüfe ich dann noch mit der Methode Check, auf die ich gleich noch eingehe, ob schon ein Spieler gewonnen hat. Streng genommen müsste man das eigentlich erst nach der fünften Runde machen, weil vorher ja sowieso kein Spieler gewonnen haben kann. Und dann wechsle ich noch den Spieler. Durch diese Negation hier wird also aus dem Wert 1 eine 0 und andersherum und es wird noch der Rundenzähler erhöht. Nach der Wildschleife, in der die einzelnen Spielzüge ablaufen, ist dann also das Spiel beendet. Hier lösche ich erneut die Konsolenausgabe und dann checke ich den Wert von C. Falls der noch immer 0 ist, heißt das, dass kein Spieler gewonnen hat. Es gab also ein Unentschieden. Falls C aber 1 oder 2 ist, hat Spieler 1 bzw. 2 gewonnen. Und dann kommt hier für den Spieler die Gratulation und der Endstand des Spiels wird nochmal gezeichnet. So, damit ist der Spielablauf also beendet. Was jetzt noch fehlt, ist die Überprüfung der Spielregeln und das passiert in der Methode Check. Die bekommt als Übergabeparameter einen Wert vom Typ Bool, der den Spieler genau wie gerade schon in der Methode StartGame identifiziert. In der Methode muss ich ja immer nur für einen Spieler checken, ob dieser gerade gewonnen hat, nämlich genau der Spieler, der den letzten Zug gemacht hat. So, hier lege ich dann zunächst eine Variable P vom Typ FieldState an und setze die auf den Zustand von Player 1 oder Player 2, die ich dann im Folgenden für die Vergleiche mit den gesetzten Zuständen im Spielfeld nutze. Um jetzt also festzustellen, ob ein Spieler schon gewonnen hat, muss ich überprüfen, ob drei zusammenhängende Felder horizontal, vertikal oder diagonal mit dem Wert von P übereinstimmen. Das sind also acht Fälle, nämlich jeweils drei horizontal und vertikal und zwei diagonal. Die Überprüfung für die horizontalen Fälle sieht dann so aus. Entsprechend läuft also auch die Überprüfung für die anderen Fälle. Falls die Überprüfung der Fälle durchgelaufen ist, heißt das, dass kein Fall zutrifft, also der Spieler noch nicht gewonnen hat und dann wird 0 zurückgegeben. So, und damit ist dann also eine erste, einfache Version des Spiels Tic-Tac-Toe vollständig implementiert. Um das Spiel jetzt zu starten, müssen wir nur noch in der Main-Funktion einen Game-Controller erzeugen und die Methode StartGame aufrufen. Und das Ergebnis sieht dann so aus. So, ich hoffe, dass euch diese Reihe zum Tic-Tac-Toe-Spiel bis hierhin gefallen hat und ihr daran anschaulich die ersten wichtigen Grundkonzepte der Objektorientierung verstehen und nachvollziehen konntet. Also insbesondere, wie man Klassendiagramme aufbaut und diese Klassendiagramme als Bauplan für die Implementierung seiner eigenen Klassen und deren Beziehungen nutzt. In weiteren Videos in dieser Playlist zur objektorientierten C++-Programmierung werde ich immer mal wieder auf dieses Fallbeispiel zurückkommen und euch daran erklären, was zum Beispiel Vererbung, Abstraktion oder Polymorphie ist und wie ihr das nutzen könnt, um das Spiel so zu erweitern, dass ihr demnächst Tic-Tac-Toe auch gegen den Computer spielen könnt. In einem weiteren Video wird es dann auch darum gehen, wie man für dieses Spiel eine richtige GUI schreibt.